So, zum Free Air bei dem Sony. Der Hochtörner funktioniert nicht. Warum weiß ich auch nicht. Egal. Das Sony hört sich an, also kaum nicht an. Naja, wahrscheinlich der Grund, warum er weggeschmissen wurde. Aber hier haben wir einen Bögen der Trelle. Das ist ein ganz kaltes Mal. Das ist ein ganz kaltes Mal. Das ist ein ganz kaltes Mal.